Du hast mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kate. Was um alles in der Welt war das für ein Witzbold? Atabai. Ein Assassiner. Und mein Mentor. Dann ist das alles so eine Art Religion? Wir Assassinen folgen einem Credo, ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das einzig Sichere in dieser Welt. Alles ist erlaubt. Das hört sich doch gut an. Denken, was ich will und handeln, wie ich will. Du klapperst immer. Der Weg voraus ist blockiert. Das ist eine Tür, denke ich. Ei. Und es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Ein Mechanismus irgendwo. Eine Art Winde? Hm. Die Blöcke da oben. Versuch sie zu bewegen. Die Blöcke da oben sehen aus, als könnte man sie bewegen. Das sind auch keine Schiffswand. Ja. Das sind noch keine Schiffswand. Bis du kamst und alles verbockt hast, haben wir sie gejagt. Werden sie am Schlafittchen. Doch nun haben sie die Oberhand. Der Türmechanismus funktioniert nicht. Suchen wir einen anderen Weg. Folge mir, Mann! Sprich! Sprich! Bekommst du noch Luft, ne? Genug, um dich zu verfluchen, Kit. Das muss ein sehr wichtiger Punkt sein. Ein wertvoller Schatz sein. Ein Schatz? Richtig. Was immer am Ende dieses Weges wartet, ist hoffentlich die Mühe wert. Das hängt wohl von dir ab. Wie das? Was ich dir zeigen möchte, könnte dir den Kopf verdrehen. Ich kann nur hoffen, dass du den Schock verkraftest. Ich komme schon zurecht. Um, was ich mit dir ist, ist er? Um, was ich mit dir gerät? Das ist alles? Der große Preis, den ich für deinen Mentor ansehen soll, sieht nicht aus wie der Mann, den sie den Weisen nennen. Tut mir leid. Hey, spring nicht gleich aus dem Hemd. Ein Rätsel müssen wir noch lösen. Diese Statuen sind wie die von vorhin, jedoch mit eingravierten Bildern. Auf dem Boden sind auch Bilder eingraviert, aber nicht dieselben. Dann muss es eine Verbindung geben. Aber welche? Es gibt einen Unterschied zwischen den Bildern auf den Statuen und denen auf dem Boden. Erkennst du es? Aye. Die einen sind Raubtiere, die anderen Beute. Welches Raubtier passt zu welcher Beute? Das ist die Frage. Ja, das ist die Verbindung. Das Raubtier zur jeweiligen Beute. Sollen wir auf die Steine hier klettern? Vielleicht kann man sie bewegen. Ich weiß nicht, ob das da hingehört. Ich weiß nicht, ob das da ist. 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 Doch dieses Ding muss hunderte von Jahren alt sein. Viel älter. Ist er es sicher? Ei. Seine Augen verraten ihn. Sagten die Templer, wozu sie den Waisen brauchen? Sie füllten etwas von seinem Blut in ein Glasgefäß. So wie dieses hier? Sie wollten ihn auch wegen des Observatoriums befragen, doch er entkam. Wir sind fertig. Wir sind fertig hier. Mann, du ganz. Wir sind gar nicht. Wir sind gar nicht. Bis zum Tromp Counsel. Wir sind gar nicht. Vielen Dank.